Das ist ein Medikament, das wirklich ganz spezifisch für Corona entwickelt wurde. Und eigentlich ist es ein Kombinationspräparat zwischen einem alten HIV-Medikament, das Ritonavir, und einem neuen Medikament, das ein Proteasinhibitor ist. Ein Proteasinhibitor hemmt ein wichtiges Enzym des Virus, das es für die Vermehrung braucht. Hier erwarten wir uns die Zulassung eher für den Jänner oder für den Februar, vielleicht nächsten Jahres. Das Medikament ist von der klinischen Effektivität vielleicht sogar noch etwas potenter als die anderen Medikamente, die wir untersuchen. Hier haben wir eine 90-prozentige Reduktion der Hospitalisierung gesehen. Leider hat das Medikament auch einen Nachteil. Gerade bei Patienten, die viele Vorerkrankungen haben, haben wir natürlich viel Co-Medikation. Und hier kann es theoretisch zu sehr ernsten Arzneimittelinteraktionen kommen.